Morgen Andacht von Reinhard Hirtler, Epheser 1, Tag 24 Guten Morgen, guten Morgen und einen fröhlichen guten Morgen. Ich hoffe, ihr genießt alle diesen großartigen Tag. Wir sind jetzt bei dem sehr berühmten Vers 8 von Epheser Kapitel 1. Dort steht, Schau, es gibt etwas, das gerade jetzt in dir wirkt, und das ist die überschwängliche Gnade Gottes. Wenn wir Christen wirklich lernen würden, mehr auf diese überschwängliche Gnade zu vertrauen und weniger auf unsere eigene Kraft, würden wir ein siegreiches Leben führen. Ich habe so viele Menschen getroffen, die keine Christen sein wollen, weil das christliche Leben so stressig ist. Ich habe von einer Person ein Zeugnis erhalten, die sehr tief in der Esoterik verankert war. Dann geriet ihr Leben durch verschiedene Dinge und Krisen ziemlich aus den Fugen. Ihr Leben wurde dann wirklich hart. Diese Frau traf dann irgendwie Jesus. Sie ging in eine Gemeinde und weißt du, was passierte? Ihr Leben wurde nicht nur schwer und schwierig, sondern sogar noch schwerer und noch schwieriger. Ich kann mich erinnern, dass diese Frau, nachdem sie monatelang unter der Religiosität in der Gemeinde gelitten hatte, irgendwie mit unserem Dienst in Kontakt kam. Dann erlebte sie den Wahn Jesus Christus und all die Schwere und Religiosität fiel von ihr ab. Schau, du musst lernen, dem Wirken der überschwänglichen Gnade, die bereits in dir ist, zu vertrauen. Je mehr du darauf vertraust, dass du alles richtig machst, dass du ein guter Christ wirst, desto stressiger wird dein Leben. Das ist keine gesunde Art, das Leben zu leben. Je mehr du darauf vertraust, dass in deinem Inneren eine überreiche Gnade wirkt, desto mehr wird dein Leben ein Spiegelbild der Güte Jesu Christi sein. Wir waren heute Mittag essen. Auf dem Weg dorthin hielt uns jemand an. Die Person fragte mich, ob ich Reinhardt sei. Ich bejahte. Die Person umarmte uns und war so dankbar für unser Leben. Dieser Mann ist seit langem Christ und lebte mit einer echten Schwere, bis er die überschwängliche Gnade unseres Jesus Christus kennenlernte. Die Frau dieses Mannes sagte, mein Mann schläft mit dir, er wacht mit dir auf, er ist den ganzen Tag mit dir. Natürlich meinte sie damit, dass er mir den ganzen Tag zuhört und sogar nachts mit Kopfhörern ins Bett geht und mich anhört. Es geht nicht um mich, es geht um die Botschaft, die Gott mir erlaubt hat, in die Welt zu tragen. Mein lieber Freund, gerade jetzt, wo du mir zuhörst, wirkt eine überaus reiche und mächtige Gnade in dir. Die Frage ist, ob du dich mit der Gnade durch nehmenden Glauben, durch Glauben, der Besitz ergreift, verbindest. Oder lebst du in einer überschwänglichen eigenen Kraft? Das brennt dich irgendwann aus. Schau, was Paulus sagt, was diese überreichliche Gnade macht, die bereits in uns wirkt. Sie setzt alle Formen von Weisheit und praktischem Verständnis frei. So vielen Christen fehlt es an Weisheit und praktischem Verständnis. So viele Christen zahlen so viel Geld, um ein bisschen mehr Weisheit und Verständnis zu bekommen. So viele Christen leiden unter den schrecklichen Konsequenzen, weil sie nicht nach der Weisheit leben. So viele Christen versuchen, Weisheit und praktisches Verständnis in Quellen außerhalb der Gnade Gottes zu finden. Du solltest das nicht tun. Schau, wenn das die Wahrheit ist, von der wir natürlich wissen, dass es die Wahrheit ist, dann ist diese überreiche Gnade gerade in diesem Moment kraftvoll in dir am Wirken. Diese Gnade ist es, die heute alle Formen von Weisheit und Verständnis in dir freisetzt. Aber Reinhard, warum treffe ich immer wieder Entscheidungen, die so unklug sind? Warum erlebe ich das nicht, wenn die Bibel sagt, dass es so ist? Weil du nichts aus der Bibel erlebst, wenn du es nicht im Glauben ergreifst. Du musst Folgendes tun. Du musst sagen, Oh, mein Vater im Himmel, ich danke dir, dass gerade jetzt in mir eine überreiche Gnade wirkt. Ich danke dir, dass diese Gnade bereits jede Weisheit freigesetzt hat, die ich brauche. Ich danke dir, dass ich alles praktische Verständnis habe wegen der Gnade, die in mir wirkt. fang an Danke zu sagen, fang an es zu glauben und du wirst es erleben. Es gibt keinen anderen Weg drumherum. Du musst es ergreifen, du musst es glauben und du musst es anwenden. Bis morgen. ... ... …